Flori, Opti und Hafi. Das sind die beliebten Biber vom Optikpark Rathenow. Aufgeschlossen wie sie nun einmal sind, suchen sie gerne den Kontakt zu den Besuchern. Doch auch für etwas Schabernack sind sie immer zu haben. Im Optikpark gibt es viel zu entdecken und so sind auch Flori, Opti und Hafi ständig unterwegs. Ob optische Phänomene oder schöne Natur, für Abwechslung ist gesorgt. Bei so vielen Eindrücken müssen auch unsere aktiven Biber einmal eine Pause machen. Beste Voraussetzung bietet dafür das Blaue Café. In gemütlicher Atmosphäre können sie sich hier erholen. Doch lange ruhig bleiben können sie nicht. Sorgsam wird alles inspiziert. Der Spaßfaktor aller Spielgeräte wird ausführlich getestet. Und das macht den drei übermütigen Gesellen auch selber viel Freude. Ob die Flori und Hafi sind immer im Einsatz, damit die kleinen Besucher hier ihren Spaß haben. Auch das größte Brachimedialfernrohr der Welt ist vor den neugierigen Bibern nicht sicher. Das Tiergehege im Optikpark ist bei den Besuchern beliebt. Hier geht's ganz nah ran an die Tiere. Unsere drei Freunde zeigen natürlich jedem gerne den Weg hierher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Floßfahrt durch den Optikpark lässt sich ganz entspannt die Schönheit der Natur erleben. Vorbei geht es an der Biberburg. Hier kommen sie ihren Artgenossen ganz nah. Ob die Hafi und Flori sind sich einig, der Optikpark Rathenow ist einfach immer ein Besuch wert. Hier geht's ganz 1917-19 Sugar sowie Kunstwelt im disciplineden reconstrunden Vinkei también. Und dann sammeln. Hier haben die Dickens hierher gesch精 qualifiziert. Wenn ich das hier erzählt habe, ist es leichter auszuschre potrze tive zu werden. Hier Bernthenaar auch drauf.